Moin Leute, euer Wombard wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug Rockstar Games hinzugefügt hat. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, wünscht ihr euch schon mal einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die, die euch noch nicht abonniert haben, abonniert mir jetzt mal für die krassesten Informationen in GTA Online. Ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Welches Fahrzeug hat denn Rockstar Games jetzt hinzugefügt am Donnerstag? Das Fahrzeug nennt sich die Klasse Draugur und findet ihr auf der South St. Andreas Seite. Und wenn ihr mal drauf geht, werdet ihr direkt merken, dieses Fahrzeug hat zwei Preise. Einmal den teuren Preis für ca. 1,9 Millionen Dollar und einmal den günstigeren Preis für ca. 1,4 Millionen GTA Dollars. Aber wie bekommt ihr den günstigeren Preis? Ihr müsst einfach 10 Kayo Perico Rennen gefahren sein, die seit dieser Woche auch verfügbar sind. Und by the way, Doppelgeld und RP. Aber gut, ich würde sagen, kaufen wir das Ding einfach mal und schauen, welche Tuning Teile denn so dahinter stecken. So, ich bin jetzt hier bei LS Customs und ja, dieses Geländefahrzeug hat ein paar Tuning Teile und auch ein paar Möglichkeiten, um es optisch ein bisschen zu verändern. Aber gut, fangen wir mal von vorne an. Klar, das Fahrzeug hat natürlich die klassischen Sachen wie Panzerung, Bremsen etc. Was das Fahrzeug hier natürlich nicht hat, sind Scheiben. Deswegen kann man hier auch nicht die Scheiben tunen. Ist irgendwie klar, haben sie hier tatsächlich mal mitgedacht. Aber gut, was gibt es dir sonst noch zu sagen? Was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich der Auspuff. Da man von seitlichem Auspuff den Auspuff nach oben legen kann. Was natürlich für so ein Geländefahrzeug oder so ein krasses Geländefahrzeug hier sehr optisch passt. Deswegen finde ich, das ist einfach super an dieser Stelle. Was ich auch sehr super finde, Richtung Geländewagen, dass man hier den Ansaugsturzen vom Motor, also sprich die Luftzufuhr des Motors, auch Richtung Dach tunen kann. Also, dass das Ganze nach oben verlegt ist. Und das würde auch bedeuten eigentlich, dass dieses Fahrzeug auch durch tiefere Gewässer fahren kann, ohne kaputt zu gehen. Was ich hier eigentlich vom Geländewagen richtig gut finde. Aber Leute, ich muss euch hier enttäuschen, das ist alles nur Illusion. Denn Rockstar Games hat zwar das Tuningteil hinzugefügt, was theoretisch das Ganze bewirken sollte, aber das hat keine Funktion. Also sprich, ist das alles nur optisch getunt hier. Ja, Minus von dieser Stelle. Aber egal, ich bin enttäuscht, machen wir mal weiter. Klar, was man hier auch noch tunen kann, ist den Innenraum, sprich neue Rennsitze und die Türen kann man ein bisschen umtunen. Was ich hier sehr schade finde, wenn man nicht so auf offensichtliches Offroad steht, dass man das Fahrzeug bzw. die Türen nicht zu normalen Türen umtunen kann, die einfach die Standardfarben haben. Gut, man kann hier auch Spoiler hinzufügen am Fahrzeug. Ja, Spoiler-Anzahl, ich glaube, es waren so drei. Also viel war es jetzt nicht und die drei Spoiler waren auch mehr oder weniger alle die gleichen, nur im Primär, Secondär und ich glaube Carbon. Gut, gehen wir mal weiter Richtung Kofferraum. Man kann hier auch den Kofferraum tunen, gerade aktuell in der Standardversion habt ihr Ersatzreifen im Kofferraum. Das Ganze könnt ihr theoretisch wegtunen und dann irgendwas anderes hin tunen und das andere mit den Ersatzreifen hinten drauf. Da gibt es auch nicht so krass viel Auswahl. Was ich hier sehr schade finde, was mir aufgefallen ist, dass man hier die Motorhaube nicht umtunen kann, genauso wie das Dach. Denn das Dach ist ja eigentlich auch ein Werkzeug für den Geländewagen, das hier auch nicht beachtet wurde. Aber gut, was lässt sich generell über dieses Fahrzeug sagen? Das Fahrzeug hat X-Scheinwerfer vorne, was ich generell sehr cool finde, da das Ganze einfach super aussieht. Aber pro Scheinwerfer, am Dach haben wir auch einen Scheinwerfer, aber ich sage euch direkt, das Ding hat auch keine Funktion. Es geht zwar automatisch an und aus, wenn es halt Nacht oder Tag ist, wie auch immer, aber das Ganze bringt kein Licht. Also sprich, es wirft nicht mehr Licht auf die Straße, sonst irgendwas. Es geht einfach nur an, es sieht aus, als wäre es an, aber bringt null Licht. Was auch wieder hier ein Tuning-Teil ohne Funktion ist. Sprich, Rockstar Games hat hier das Fahrzeug mehr oder weniger unbeachtet einfach hinzugefügt, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ansonsten hat dieses Fahrzeug echt gute Fahreigenschaften. Was mache ich mit guten Fahreigenschaften? Es ist verdammt schnell für einen Geländewagen. Es ist super wendig und klar, durch die hohe Bodenfreiheit kann es auch super halt in Gelände fahren. Also sprich, wenn jemand nach einem Geländefahrzeug noch sucht, womit er wirklich gut auf dem Schnellert hochfahren kann, etc., ist dieses Fahrzeug absolut richtig. Für den Rest würde ich eher sagen, naja, 1,9 Millionen kann man auch besser ausgeben. Aber gut, Leute, ich habe das Fahrzeug natürlich jetzt schon gemoddet, natürlich mit Formel 1 Felgen, daher ich finde, dieses Fahrzeug verdient fette Felgen. Aber gut, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dieses Fahrzeug findet, ob ihr es geholt habt oder ob ihr gesagt habt, so, nee. Aber gut, ich bin raus, euer Wombat. Ciao.